Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde FIFA 14 Ultimate Team. Wir spielen diesmal wieder den Food 5 Years Pokal Cup, keine Ahnung. Und zwar diesmal nicht mit dieser schönen Mannschaft, sondern damit. Mit unserer Premier League Mannschaft, wo ich übrigens hier Company verkaufen musste, damit ich genug Geld habe für die andere Mannschaft. Ich hoffe, ich habe jetzt hier Fight Hongen drin. Ich hoffe, der ist ganz in Ordnung. Ah, ich würde sagen schon. Und im Sturm habe ich... Warum habe ich da Benticke drin? Benticke, Benticke. Hatte ich nicht. Habe ich E2 auch verkauft? Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich E2 nicht verkauft habe. Okay, habe ich E2 auch verkauft? Gut. Darf ich mal sagen, es geht los. Mal gucken, wie ich es eigentlich ganz kurz nochmal... Alle fit, gut. Übrigens, was mir gerade mal auffällt. Haben die jetzt alle Loyalty hier? Nein, Fight Hongen hat halt keine Loyalty. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber dann bräuchte ich auch keinen Manager zum Beispiel da rechts mehr. Aber egal. Gut. Gut, 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 gut. Ich hoffe, ich finde es, den Gegner, aber in der ersten Runde des Cups sollte das eigentlich kein Problem sein. Da haben wir einen... Mit einer richtig miesen Lattenz. Zum Glück wird mir das diesmal angezeigt. Bump, 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 bump. Huch, jetzt habe ich wieder aus Versehen auf X gedrückt. Aber dann haben wir gleich einen Gegner. Kleinen Gegner, ja. Einer hat eben auch... Ah. Ah, machen wir so. Gut. Der drückt mal gleich auf Weiter, sofort. Genauso mag ich das. Mann. Warum können das nicht alle machen? Oh, der hat eine geile Mannschaft, ey Pedro, Sergio Ramos Casillas, Felipe Luis, glaube ich Pippe, Dani Alves Fabregas, Xabi Alonso Modric, Benzema, Pedro habe ich, glaube ich, schon gesagt gehabt und Alexis Sanchez Krasse Mannschaft Hatte ich mir auch erst überlegt, ob ich vielleicht eine Inform Sanchez-Mannschaft mache Wo ich Sanchez Außenrechts-Inform habe Ah, ich habe es dann doch gelassen Ich habe mich dann für die Mannschaft entschieden Von Totti Obwohl ich auch nicht weiß, ob ich die behalten werde Erstmal gucken, wie stark mein Gegner ist Okay, und wenn ich ihm den Ball so schenke Abseits Nee Nee, es war ein Foul Oh, ich dachte gerade, ich dachte, das wäre mir am FIFA-Bug gewesen Wo ich ihm den Ball so spiele und es ist dann Abseits für ihn Hui Äh, Juve Twitch verliert den Ball Pff, okay So kann man es auch machen Und jetzt Bats Nein Wechsel doch den Spieler FIFA Ui Da wird Luis Schürrle Hat Platz Na, das war glaube ich nicht gut Oh, vielleicht Aber der war noch Abgefälscht Nee Schade Aber das war schon mal ganz geil Ganz ge-ge-ge-ge-geil Oh, Schürrle fängt schon wieder den Ball ab Ich glaube, mein Gegner hat da gerade ein paar Probleme mit klar zu kommen Mit meinen Angriffen Und das war Abseits Schade Zum Grund Zesk Faberikas Faberikas Ins nichts Auch gut Für mich Schürrle Oh leil, hat er abgefangen. Kommt da nicht durch. Philippe Luis, Modric. Modric. Ich frag mich, warum er da nicht Roddy Alba hat. Als Linksverteidiger, sondern Philippe Luis. Jetzt haben wir hier Walkert. Oh Gott, was hab ich getan, ey. Was mach ich da? Okay, dann schreckt man den Ball wieder. Auch gut. Akzeptiere ich mal so. Hui. Das war auch schlecht. Ich dachte, er kommt da ein bisschen näher ran, mein Mitspieler. Das war auch mehr als schlecht. Da, wie Luis kommt ganz weit zurück. Nein, 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 nein. Och. Luis hält. Hui. Geh doch in den... Och, Mann. Ich dachte, er geht schon noch nicht in den Zweikampf. Ah, jo, ich guck nicht hinterher. Schade, schade. Pfff. Hohohoho. Ein Glück ist der nicht angekommen. Oh, das... Das war... Dumm. Aber... Das Glück ist mit den Dummen. Ui. Ui. Sehr schön. Oh, Gott. Der hat Geschwindigkeit... Oh, knapp. Verdammt. An der Position hätte ich mir den Ball nicht abnehmen lassen dürfen. Das war schlecht. Das war mehr als schlecht. Aber ein Glück... Hab ich den Ball hier wieder. Ah, schade. Okay, doppelter Pfiff. Gibt einmal Gelb für... Xabi Alonso. Ja, ja, ja. Wie buche ich denn Gelb? Äh... Jovo Titsch. Jovo, Jovo, Jovo Titsch. Schürrle. Sehr schön den Ball abgenommen. Leider ans Aus. Mmh. Den hab ich. Nein. Och, Mann. Der hat den echt so die Defensive da. Gott, ey. Los, komm, weil ich... Daniel Alves... Alexis... Sanchez. Ui. Kommt der an? Ben Ticke. Oh, ho, 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 nice. 36. Minute. 1 zu 0. Sehr schön. Schöner Volley. Gut, gut. Das war schon mal gut. Jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Nein, ich wollte genau in dem Moment abspielen. Jetzt er mir den Ball abgenommen hat. Nein, spiel doch. Ich hab auch schon mal vor zehn Jahren auf Abspielen gedrückt. Dann brauch aber hier... Oh. Nein. Och, Mann, Lacker. Dadurch, dass er den Außen gerade so vorbeigelackt hat. Egal. Egal. Dranbleiben. Hui. Schön, dass er so wegläuft. Mann. Da sollte der Ball nicht hin. Äh, was macht der denn da? Okay. Auch gut. 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 Nein. Ich dachte, Ben Ticke läuft mal irgendwie los. In absehbarer Zeit. Hab ich mich ja wieder mal geirrt. Oh, fuck. Och, knapp. 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 Mann, Mann, Mann. Hau weg, Loris. Ui. Mann. Sergio Ramos, ey. Gott. Los, komm. Keine Zeit. Keine Zeit. Ah, Warcode schafft das nicht. Mann. Ben Ticke, ey. Okay, das war es. Die erste Halbzeit ist vorbei. Na gut. Das ist ein solides Spiel. 1 zu 1. Ausgeglichen. Ja. Mit seinem Lackertor. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Gucken, wie die zweite Hälfte läuft. Oh, sehr schön. Perfekt. Na, pfff. Was war das jetzt? Ein Foul. Okay, gut. Ich will mich gar nicht besperren. Aber sehr schön. Wie ich da vorbeigelaufen bin. Und schöne. Perfekt. Jetzt eine gute Flanke. Pfff. Okay, gut. Nicht gut. Alexis. Boah, ey. Boah, Loris hält, ey. Mann, Mann, Mann. So. Dankeschön, dass du in den Zweikampf gehst. Gegensatz zu einem gewissen Dante. Oh. Nein. Nein. Nein, Pepe. Oh. Da war so schön. Werdes. Da war so schön durch gewesen. Aber Pepe funkt dazwischen. Ich gebe es nicht. Na, ey. Der hat eine richtig gute Innenverteidigung, ey. Komm, 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 komm. Er schafft es nicht. Mann. Ja, es war ein Foul, ey. Schöne wurde da richtig weggehauen an der Seite. An der Seite gerade. Oh, Mann. Schade, dass der nicht so einen Megaschuss hat. Nasseri. Verdammt. Kabul. Nein. Ach, wechselt auch schon hinter den Spieler. Hätte ich mit Beteke vielleicht noch irgendwas erreichen können. Ramirez ist hinten. Nein. Nein. Och, Mann, Alter. Das kann doch nicht sein. Boah. Gott, ey. Okay, das war wieder wieder ein Pass, der so nicht passieren sollte. Naja, der kommt bestimmt an. Mann, ey. Den Inform, Pedro, ey. Cesc Fabregas. Nein, doch nichts aus. Mann. Ey, geh doch mal in den Zweikampf. Er rennt immer dran vorbei. Was ist denn das? Mann, ey. Mann, geht doch mal einer hin zum Ball. Es kann doch nicht sein, dass die alle da stehen bleiben. Ey. Und das war kein Foul gerade? Das war kein Foul? Ey, das ist doch unglaublich. Unglaublich ist das schon wieder. Und wie kommt er und wie kommt er bitte da durch an dieser Position? Das kann nicht wahr sein. Da steht eigentlich jemand, aber der verschwindet dann irgendwie hinter ihm. Mann, ey. Ja, Modric, ey. Ja, Mann, Jovitic. Gott, ey. 74. Minute. Gut. Gut, gut, gut. Alles... Alles noch drehen. Danke schön. Schön, wie Schülle wegläuft. Jetzt rennt er über den halben Platz, damit er sich den Ball da wiederholen kann, ey. Mann, ey. Geh doch mal... Ich drück die Tasten, damit da noch einer hingehen soll. Es geht einfach niemand hin. Boah, Mann, ey. Ein Glück steht da niemand. Das heißt, Fabrikas. Wie, wie schon mal alles offen ist, das alles offen... Boah. Das war schön geklärt. Mann, Mann, Mann. Na? Ah, wie kann ich ihm nicht den Ball abnehmen? Lauf. Ramirez. Ah, scheiße. Hätte ich vielleicht drüber spielen sollen, ne? Wäre vielleicht bessere Option gewesen. Dankeschön. Oh, fuck. Ich will nicht in die Verlängerung. Da verkacke ich doch sowieso immer. Möchte einer laufen? Du. Knapp, 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 knapp. So. Das wär's gewesen jetzt. Oh, alter. Das wär's jetzt richtig gewesen, ey. Scheiße. Mit dem Lupfer da. Schade, schade, schade. Ey, das wär's jetzt wirklich gewesen, ey. Hätte ich ihn damals jetzt gehabt. Geh dazwischen. Danke, danke. Dante. Zum Glück, ich hab' kein Dante im Team. Lau. Was? Bleibt er da stehen? Er bewegt sich keinen Zentimeter. Verlängerung. Och, Mann. Pentic ist noch ein bisschen fitter. Charbialon zu. Äh, lässt sich auch den Ball abnehmen. Sogar von Modric, ey. Boah, wie er ihn nicht wegbekommt. Fleini. Gut. Geh doch zum Ball! Er bleibt schon wieder stehen. Das ist doch ein Bug manchmal, oder? Wenn die einfach stehenbleiben wie so Behinderte. Boah. Schade. Spiel doch den Ball, Mann. Ja, nicht dahin eigentlich, aber okay. Hau raus. Ey, man kommt da nicht an den Verteidigungen dran vorbei. Die ist echt hart. Walkrude kommt auch nicht vorbei. Ah, verdammt! Wir waren noch nicht in Schusspositionen. Was den Ball geschenkt. Der dürfte uns ausrollen. Magina kriegt gerade ein bisschen offensiv, oder? Der war nicht im Aus. Okay. Nasri! Oh, hält der! ein bisschen sehr nahe nach dem Tor. Und der ist drin. Alter, guck dir das Tor an, ey. Der ist echt der absolute Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Und das heißt, ich führe in diesem verrückten Spiel und er muss theoretisch alles nach vorne werfen. Na, jetzt ist mal erste Hälfte der Verlängerung vorbei. Und ich führe tatsächlich in diesem Spiel. Krass! Krass, krass, krass! Na, mal gucken, wie's weitergeht. Guck mal, wer da hinten frei ist. Ja, so sollte der ganz sicher kommen. Okay, wer drückt hier auf Pause? Ich weiß nicht. David, Luis und Kabul sind auch fit. Komplett fit. Ah, ich warte auf den Gegner. Der muss aber auch mal hier irgendwas machen. Gucken, und vielleicht wechselt er ja aus. Aber ob das was bringt? Nee, hat nicht ausgewechselt. Wer ihn mir einfach schenkt. Na ja, na ja. Ah, verdammt. Ey, yo. Sehr gut gemacht. Jetzt haben wir hier Warcord. Warcords. Oh Gott. Warum geht der Ball nach da? Unfassbar. Unfassbar. Meine Freunde. Davy Lewis, komm. Sehr schön. Okay, da sollte der Ball nicht hingehen. Mann. Die Bälle kommen in FIFA auch, wie sie wollen, ey. Da steht keiner. Ein Glücksspiel, Pedro. Äh, kommt er nicht hinterher. Pedro. Benzema. Versucht, da rüber zu spielen. Scheitert. Und das war's. Hui. Das war... Schön. Gewonnen. 2 zu 3. Vor allem das Tor, ey. Das Tor. Boah. Das muss ich mir gleich mal anschauen. Falls das geht. Gut, gut. 541 Münzen haben wir bekommen. Jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz. Da haben wir's. Dieses Tor wollte ich mir gerne nochmal anschauen. Und zwar... Das wollte ich jetzt nicht machen. Und zwar aus... An der Perspektive, die ich so einstellen kann. Und jetzt nochmal langsam. Gucken wir nochmal. Was ist der Position, der Lopfer, ey. Garcia ist zu klein. Perfekt. Gut. Das war geil. Ich muss sagen, was war's dann mit diesem Spiel hier. Und mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und da wollte ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und tschüss.